Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda, B.O.T.W. So, weil letztes Mal haben wir Schreine hier in der Gerudo-Wiste gemacht und wir brauchen ein Vai-Will-Voy, damit wir da eigentlich den einen Schrein da kriegen. So. Äh, weiß nicht wie alt du bist. Ganz besonderes. Vai-Will-Voy, bitte. Bitte, Spezialität. Tut mir leid, ähm, brauche ich eine Menge Eis. Genau, weiß nicht. Zeug ist stärker. Also eigentlich... Ach, wie bitte? Poki hat das gesagt. Aber ohne Eis kann ich kein, äh, zu bachen. Im Eiskeller wäre was. Soll ich holen? Das würdest du tun? Das wäre mir eine große Hilfe. Poki ist meine beste Kundin, musst du wissen. Ähm, im Eiskeller nördlich der Stadt, ähm, musst du es holen. Allerdings ist es früh und sehr, wie sie geht, äh, hell ist. Oder, warte mal. Oblte Wüste bis zur Stadt zu schleppen lassen ist vielleicht, äh, zu viel verlangt. In der Stadt, in der Eiskeller gibt's, äh, Ruinen. Okay, die kommt uns entgegen. Ähm, gehen wir mal... ...hin und, ähm, holen wir uns... ...das Eis. Denn wir brauchen ja eh die Mission. Tiefen schreien. Waschika. Poki, da. Das ist das, ja. Am Ende des, äh, der Ruinen hier. Ja, ich möchte halt jetzt die Mission natürlich fertig machen, wie ich es ja auch insgesamt gesagt habe. Ich sehe es natürlich nicht als meine... ...Pflicht an die ganzen... ...Krogs zu machen. Das sind so Nebenbei-Dinge. Die werde ich irgendwann nebenbei machen. Aber es ist jetzt nix, wo ich mich jetzt dran festnagel, dass ich das irgendwann machen müsste. Das ist mehr so, okay, wenn ich mal Zeit habe, mache ich so 20 Stück oder so. Aber es ist nix festes. Hä? So. So. Ich habe doch alle besiegt. Was machen die denn noch für Stress? Oh Gott. So. Ähm. So. So. Okay. Zack und... Okay, eigentlich kann ich... ...einfach so machen. Und schon bin ich am Ende. Ah, okay. Dün-tü-tü-tö-tö-tö... ...dün-tü-tü-tö-tö-tö... ...dün-tü-tö-tö-tö-tö-tö-tö. So. Ähm. Ähm, ich frage mich, ob ich das jetzt auch nachts machen kann. Oder muss ich jetzt wirklich auf den Tag warten? Sagen wir klar. So. Und weiter geht's. Besser so schnell wie es geht, denn ich möchte das Eis auch, so gut es geht, weit wegkriegen. Ich brauche den Schrein unbedingt. Also, die Schreine möchte ich jetzt wirklich auf alle Fälle haben. Ich möchte mit voller Stärke gegen Gärenden kämpfen. Hä? Werder Feierabend findet, die kommen morgens zurück. Okay. Ich will mir auch das Eis allein. Ich muss jetzt halt wirklich bis zum Basis warten, oder wie. Ja, das wird es doch gleich. Ach man, ein bisschen warten und das war's. So. Hm. Kann ich hier drinnen ein Feier machen? So. Ja, kann ich. Bis morgens warten. Und? Es ist 5 Uhr. Hey, er war halt beim Mittags. Voll essen. So, mittags. Ich muss mich da nur beeilen. Oh, äh. Ich dachte ganz kurz, weil ich halt nicht mein komplettes... ...Darmgewand am Haber... Oh. Ey, was machst du denn Eiskeller hier? Also, eigentlich... Ne, 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 ich gestehe. Du brauchst mal Eis, also denk daran... ...unterwegs schmelzen. Äh, wird's schmelzen. Also, mach's... ...es schnell. Vollkommene Konzentration... Ach, du Gott. Revalis Sturm ist bereit. Ja, ja. Ähm. So. Schnell, 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 schnell. Ich versuch's halt einfach so. Ich werd's nicht kleiner. Muss im Schatten bleiben. So. Oh, das ist natürlich... ...nice. Anstrengend. Noch anstrengender wird's mit den Leuten da. Hallöchen. Oh. So. Heule nicht so rum. Das ist doch nur ein kleiner... ...Elektro-Stoß gewesen. So. 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 Heule nicht mal. Okay, irgendwas hab ich gemacht, weswegen... ...das ich so stark war. Jetzt. Oh, komm her. Oh, wow. So. Da ist mein Eisblock. Jetzt muss ich's halt nur wirklich schaffen... ...dort anzukommen. Ah. Äh. Äh. Ich... ...fällt das natürlich super mit den Schatten, ne? So. Aber dann einfach hier. Vor allem ist es halt in real life auch richtig warm. Wie in den... ...im Sommer. Okay, Sommer ist halt bald auch, aber... ...es ist wirklich so, wie... ...man sich in den Sommerfähren so richtig vorstellt. ...muss ich mal ganz kurz... ...irgendwie das Gefühl, das schmelzt da trotzdem dann. Na klar. Oh, lol. Trolololol. So, ich muss die mal ganz kurz wegmachen. ...muss ich mal ganz kurz wegmachen. Hi. Ihr habt mich gemütet. Ich beschütze dich. Okay. So, so spielen wir das Spiel. Hey, ho. So. Ah, okay, krieg ich nicht. Zack. Zack. Zack, Zack, Zack. Und das gehört aber auch mir. Hopp. So. Ich mach mal ganz kurz was ausstellen. Ähm. Neigungssteuerung. Außen. Ja, okay. So, 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 so. Oh, Leute. Den hab ich noch gar nicht... ...gehabt. So, jetzt hab ich... ...oh. Hab ich den schon fotografiert mal? Ja, den schon, aber ich mein... ...ja, ich glaub, ich hab mir die auch gekauft. Gut. Dann sollen wir jetzt mal dafür, dass wir weiterkommen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Nein, wir kommen nochmal mit so einem Würfel an. Aber mit so einem kleinen Würfel. Stimmt, wir haben es ja ganz da hinten, ne? Ich hoffe es. Oder wo hatten wir den? Ähm. Ich hab' ein ganz ungutes Gefühl. Hä, ne, 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 ne. Äh, der, der muss noch irgendwo sein. Ja. Richtig. Richtig. Triggern. Das wird mich jetzt wirklich richtig triggern. Wenn... ...es jetzt weg wäre. Und es sieht schon fast so aus. Aber nur fast. Hä, den hatte ich doch... Ist schon 17 dort. Könnt ihr schaffen. Ich brauch' ihn nur jetzt. Also... Einmal muss ich jetzt nochmal zurück. Es holen. Und dann wiederkommen. Oh, nice. Nice. Super. Komplette Verschwendung. Super. Eiskeller. Braucht'n neues. Mhm. Sag bloß, ja. Gut, jetzt stehen die Schatten aber vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Und da ist ja natürlich jetzt ein bisschen abkühlt. haben wir vielleicht sogar jetzt noch die beste Chance. Ich hoffe's. Uh-oh. Uh-oh. So. 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 Zack. Zack. Sie sind wiedergekommen. Ach wie schön Boah Ist gleich geschafft Zack, 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 Zack Und Zack, Zack, Zack So Hey Problem ist natürlich Jetzt ist der Block schon ziemlich klein geworden Und ich weiß nicht, ob ich ihn Äh, noch springen kann Oh, okay, das ist aber gut gelandet Oh, oh Ah Äh, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden Es ist, es ist sehr warm Warte mal Könnte ich? Nee, aber das schaff ich nicht Ich hoffe jetzt einfach Jetzt schaff ich's doch so Es tut mir ziemlich weh wahrscheinlich, aber Jetzt schaff ich's doch so Ja Kate hat eingesetzt Das ist nicht gut Hey Hier bin ich Bring das Eis hier her Ich hoffe jetzt kommt nicht irgendein blöder Mobbling Und böllert mir das Ding hier weg Zweifellos ist es ein Eisblock Äh, jetzt kann ich ihn wichsen Äh, ha Scheiße Alter, die Batterie ist leer Jetzt kann ich ihn wichsen Alter So, ich nehme erstmal den, aber ich glaube, der hat einen Linksdreh Also kann's sein, dass ich Probleme kriege gleich Äh, wenn ich richtig schätze, ist, äh, der schnell hierher gekommen, um es zu verlinken Gut Äh, ha Perfekt, genauso macht man das Er trank für müde Geister Heißt, ich muss jetzt nur noch zu ihr Äh, äh Ja Wir sehen uns da Wir sehen uns da hinten Ja Wir sehen uns jetzt da gleich da hinten Das mein ich halt So, wir sehen uns gleich da hinten Bis gleich Links, aber man nennt's ja eigentlich, glaube ich, größter als Linksdreh Äh Also falls ich's merke, dass Manchmal macht er halt dann so In irgendwelche Richten Das ist mein Ende Ich werde hier Also eigentlich Hier Oh, ein Bible Boy Der beste Drink meines Lebens Ich mache mich dann mal Was mach ich dann noch hier Okay So Hier in der Nähe wird dann auch der Eine Der Balladenschrein Sein Das ist dann trotzdem nur erst Vor allem, das ist Warum ist das nur ein Belohnungsschrein Ob der Der wusste schon, dass da Jemand irgendwo ist Oh, geil Äh, dass da jemand Die ganze Zeit hockt Dass das schon Herausforderung genug ist Na gut So Danke für das Zeichen Und es geht Wieder nach Hause Also ich warte jetzt Bis der andere Controller Jetzt aufgeladen ist Denn mit dem kann man nicht spielen Kennt ihr Tricks Wie man Links Dreh wegkriegt Das wäre gut zu wissen Ah ja stimmt Wenn ich jetzt da hinten kämpfen würde Dann würde Da hinten würde sonst normalerweise dann Ähm Muldora König oder Königin Oder wie es auch hieß Auftauchen So Wir hatten ja die Sachen Aber Das haben wir alles schon erledigt Na gut Leute Dann würde ich sagen Das war es mit der Folge Hoffen ihr habt euch gefallen Wenn ja Gebt einen Daumen nach oben Dann würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal Ciao